Hallo Leute, mein Name ist Martin Guerrero. Herzlich Willkommen zu den Wrestling News. Schön, dass du wieder da bist. Wir haben mal wieder ganz was Feines hier aus der Welt des Wrestlings. Also sehr feine. Darum nach oben Abo dalassen, Glocke aktivieren und ein Kanalmitglied werden. Und dann können wir auch schon losstarten, Freunde. Wir beginnen erstmal mit TNA und den Motor City Machine Guns. Also Chris Saban und Alex Shelley. Da geht es nämlich aktuell ziemlich heiß her in der Gerüchteküche. Denn die Verträge der beiden laufen jetzt aus. Also wieder mal jetzt, jetzt, jetzt. Und bei TNA läuft das nämlich generell so ab, dass sie erstmal immer hinfliegen für den Pay-Per-View. Der wird dann live ausgestrahlt und dann an dem Wochenende danach wird erstmal schön wochenlang getapet. Also nicht wochenlang, sondern für die nächsten Wochen dann die Impact Episoden getapet und dann passt der ganze Spaß. So, jetzt aber das Interessante. Nicht nur, dass die Verträge der beiden auslaufen, sondern sie sind für die nächsten Taping-Termine, die ja am Rebellion-Wochenende wären, sind sie bei einer anderen Promotion in Kanada gebucht. Und das ist ja schon ziemlich komisch. Weil wenn sie an dem Taping-Wochenende nicht da wären, würde das ja bedeuten, dass sie ja denn mehrere Wochen bei TNA nicht zu sehen sind, weil sie ja nicht da waren, als aufgezeichnet wurde. Und damit verbunden dann natürlich noch mehr Spekulationen, weil Vertrag läuft aus, die sind nicht bei den nächsten Tapings, fallen damit mehrere Wochen aus, mindestens. Also was ist da los? Hier kann es natürlich sein, dass man sich noch darauf einigt, dass man einen Deal macht, dass man nur für jeden Auftritt bezahlt wird. Und trotzdem würde man dann erstmal für ein paar Wochen fehlen. Aber generell scheint es auch eh ein bisschen anders bei TNA jetzt zu laufen, weil wir ja ein neues Management haben. Es gibt ja jetzt einen neuen TNA-Chef. Und damit verbunden kann es natürlich auch sein, dass man generell da mit den ganzen Verträgen ein bisschen anders umgeht. Aber das wird sich dann erst zeigen. Wir können also gespannt sein, ob die Modus zu den Machine Guns demnächst bei All Elite auflaufen oder irgendwo anders zu sehen sind oder vielleicht doch bei TNA eingesetzt werden. Dann gab es die gute Ronda Rousey. Die hat nämlich jetzt ein neues Buch geschrieben und also über sich ein neues, neuer Part quasi. Und die hat das ein oder andere Mal immer so kleine Schuts Richtung Vince McMahon in ihrem Buch rausgelassen. Vince McMahon ist ja momentan sehr stark in der Kritik. Und das Ganze hat Ronda auch so mitgenommen in diesen ganzen Sachen. Und da gibt es hier und da immer so ein paar Hinweise, die halt sagen, dass sie Vince McMahon dann doch immer mal auch gerne mal mit dem Teufel vergleicht. Und dieser Charakter, den er on air hatte, quasi mit dem wirklichen echten Vince McMahon schon so ein bisschen verglichen hat. Generell ist Ronda Rousey kein großer WWE-Fan mehr nach der ganzen Geschichte. Also ja, da gab es schon mal eine Aussage von ihr, dass sie keine große Lust hat, wieder zur WWE zurückzukehren. Auch wenn Vince jetzt weg ist. Also klar, auch hier sagt niemals nie, aber dennoch ist da auf jeden Fall viel im Argen. So, dann geht es weiter mit Brooks Janssen. Der ist bei NXT und der kam jetzt auch ein bisschen in die Kritik, aber eigentlich wegen was anderem. Also nicht wegen ihm jetzt direkt, sondern er. Vor ein paar Wochen ist der Wrestler Ole Anderson, das ist einer der Gründungsmitglieder der Four Horsemen. Der ist verstorben und da gab es auch natürlich auch wieder so Tributsachen und sowas. Und der gute Brooks Janssen hatte ein T-Shirt von ihm an. Und daraufhin ist ja im Internet ein bisschen, dass dieses explodiert. Und die haben sich darüber beschwert, weil dieser Ole Anderson wohl ein ziemlicher Rassist gewesen sein soll. Und jetzt also da mit dem T-Shirt von ihm rumzulaufen, ist natürlich vielleicht nicht so ganz gut. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, der Typ war 81 oder so. Also zu der Zeit, wo der aktiv war, war aus der heutigen Sicht jeder Mensch Rassist. Also gut, heutzutage ist ja auch jeder Rassist, aber da war es zwar noch schlimmer. Also keine Ahnung, wie viel da dran ist. Auch Brooks Janssen sagt selbst, dass er von dieser ganzen, von diesen Anschuldigungen so gar nichts wusste. Also ja, entschuldigt sich da natürlich, falls er da irgendwen auf den Schlips getreten hat. Dann kommen wir zu Unlimited Wrestling. Ihr habt es ja gesehen, am letzten Samstag hatten wir ja unser großes Event Dark Chapter. Und da gab es die erste Ankündigung für Unlimited Wrestling's Restival. Und Freunde, wir haben uns nicht lumpen lassen. Wir haben richtig tief in die Trickkiste gegriffen. Und wir haben den guten Matt Cardona, also den ehemaligen WWE-Superstar Zack Ryder am Start. Also der wird zu uns, zu Restival kommen. Und ja, wundervolle Matches hoffentlich machen. Ich bin sehr gehypt auf jeden Fall, weil ich selbst riesen Zack Ryder-Fan war. Und jetzt kommt der Typ einfach zu meiner Promotion. Wie krass ist das eigentlich? Deswegen vielen Dank für euren ganzen Support. Holt euch jetzt schon die Tickets für Restival. Die könnt ihr als Unlimited Access Mitglieder jetzt schon kaufen. Und ansonsten ab Sonntag ist der offizielle Ticket vor Verkauf. Auch da könnt ihr euch natürlich dann die Tickets besorgen. Und dann könnt ihr Matt Cardona live anfassen und sehen. Also wenn das man nicht ist, dann weiß ich auch nicht. Weiter geht's mit Oba Femi. Der ist bei NXT und ist aktuell sehr, sehr hoch im Kurs. Die WWE-Offiziellen finden den super nice. Sagen auch, das ist ein zukünftiger WWE-Champion. Der hat auf jeden Fall super krass Potenzial. Die haben ja aber auch gesagt, die wollen nicht überstürzen, den zu schnell aus NXT zu holen, um den in die Main-Roster-Shows zu pressen. Sondern die wollen ihm ordentlich Zeit geben. Aber die sind schon sehr begeistert von seiner ganzen Entwicklung. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr feine Geschichte. Dann hatte ich euch ja in der letzten News gesagt, dass Matt Hardy letzte Woche bei der Raw-Episode war. Allerdings kam jetzt raus, dass er bloß um die 90 Minuten da war. Raw läuft ja eigentlich viel länger. Also der war halt nicht die ganze Zeit da. Keine Ahnung warum, keine Ahnung wieso. Aber ja, da gab es auch irgendwie noch die Aussage, dass sie eingeladen wurden von einer befreundeten Person, die die quasi dahin gebracht hat. Ja, kann man machen. Matt Hardy hätte auch wahrscheinlich einfach Backstage gehen können. Aber gut, ist auch okay. Dann geht's weiter mit Mercedes-Money. Da habe ich ja schon gesagt, die ist jetzt bei All Elite und so weiter. Und die wollte ja unbedingt viel Kohle haben und so. Und hat sich jetzt nochmal dazu geäußert, wieso sie sich denn für All Elite entschieden hat und nicht für WWE. Das ist jetzt das gleiche Prinzip wie bei Will Ospreay. Wir hatten wieder mal beide Verträge auf dem Tisch, weil die WWE wollte Sasha Banks natürlich auch zurückhaben. Aber letztendlich hat sie sich für All Elite entschieden, weil sie aktuell super viele Projekte auch neben dem Wrestling hat. Und WWE will natürlich, dass du dich nur auf WWE konzentrierst. Und das möchte sie aber nicht, weil sie hat super viele Sachen am Start. Sie ist ja auch zum Beispiel Teil in der Serie The Mandalorian. Und nachdem sie da aufgetaucht ist, hat sie super viele Aufträge bekommen und möchte natürlich auch diese Sachen noch weiterhin machen. Und ja, deswegen möchte sie halt einfach ein bisschen flexibler bleiben. Und sie hat das Gefühl, und das ist ja auch so, dass man, wenn man bei All Elite ist, einfach auch ein bisschen flexibler noch andere Projekte gestalten kann. Und das ist hier dann halt ebenfalls das ganze Ding. Deswegen ging der Weg für sie zu All Elite Wrestling. Und generell, sehr interessant ist auch noch, sie besitzt alle Rechte für alles, was sie betrifft. Sie hat ihr eigenes Teamsong, da hat sie die Rechte dran. Sie hat sämtliche Trademarks und Copyright-Geschichten für ihren Namen, ihren Charakter, alles, was sie betrifft. Alles gehört ihr, weil sie selbst sagt, sie möchte sich und ihren Brand größer machen. Und nicht quasi immer für die anderen den Brand größer machen. Ja, aber man konnte sich ja einigen. Deswegen läuft das natürlich alles sehr, sehr gut. Ansonsten gibt es noch die Aussage, dass Raquel Rodriguez bei der WWE jetzt nicht mehr im aktiven Roster gelistet ist. Sondern eher, dass sie halt jetzt erstmal eine Pause macht. Wir haben ja schon gehört, dass Raquel Rodriguez einige Probleme mit einer Hautkrankheit im Gesicht und so hatte. Deswegen hatte sie zum Beispiel beim letzten Pay-Per-View, wo sie zu sehen war, auch kein Make-up drauf. Da gab es aber auch schon gleich wieder Probleme und sowas. Also die ist gesundheitlich wirklich sehr, sehr stark angeschlagen nach dieser Sache. Und ist jetzt auch erstmal dann in Pause. Also wer jetzt die ganze Zeit auf ihr Comeback wartet, das kann sich noch ein bisschen hinziehen. Das muss halt alles erst abgeklärt werden. Ja, außerdem hat sich Asuka noch ein bisschen am Knie verletzt bei einer Smackdown-Episode. Wurde dann auch erstmal von den Live-Events entfernt. Aber ist ja jetzt auch schon wieder in der neuesten Episode, hat man sie auch schon wieder rumtrampeln sehen. Also scheint das ja alles erstmal soweit in Ordnung zu sein. Okay Freunde, das war es dann erstmal so mit dem News-Update für heute. Wie immer geht, liken, kommentieren und Glocke aktivieren und Kanalmitglied werden. Und ja, dann schaut euch auf jeden Fall noch Dark Chapter von letztem Wochenende an von Unlimited Wrestling. Und holt euch die Restival-Tickets, Freunde. Wir haben natürlich noch einige weitere Namen mit in petto. Aber Matt Cardona ist aktuell der größte Name im Indie-Wrestling. Und den bei Restival zu haben, ist natürlich schon eine richtig freshe Geschichte. Und ich versichere euch schon eins, wir werden mit ihm die besten Matches auf die Karte bringen. Freut euch da also schon mal drauf. Und ja, dann war es das für heute. Ich danke euch. Vielen, vielen Dank. Tschüss, Kuss geht raus und so. Macht's gut. Haut rein und ciao.